Hi! Heute werden wir klären, wie man Google AdWords optimiert. Das ist ein riesiges Gebiet, da gibt es extrem viel zu tun eigentlich. Ich habe mir heute mal fünf Themen rausgesucht, die ich unter den Quick Vins verbuchen würde. Das heißt, die kannst du schnell implementieren und hast schnell Ergebnisse. Und wie ich darauf komme ist, ich habe in den ganzen Jahren, wie ich das jetzt schon mache, mehrere hundert AdWords-Konten durchsucht und durchschaut und Audits gemacht. Da sind mir diese fünf Themen eigentlich am meisten aufgefallen. Diese Themen werden in ganz vielen AdWords-Konten nicht ordentlich umgesetzt. Wie man das macht und worum das da eigentlich geht, das klären wir jetzt gleich im Anschluss. Wenn du mehr von solchen Videos haben willst, dann abonniere mich einfach und gib mir einfach einen Daumen hoch auf dieses Video. Dann weiß ich einfach, dass das Thema interessant ist und ich kann da mehr zu produzieren. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß! Okay, AdWords optimieren. Das heißt natürlich zum einen, dass ich jetzt diese fünf kleinen Hinweise gebe, die allerdings eine recht hohe Auswirkung haben auf die Performance im Konto. AdWords optimieren heißt aber auch viele grundlegende Sachen wie Keyword-Recherche, negative Keywords, Anzeigen testen, eine richtige Kontostruktur. Das sind alles Sachen, die zu einer richtigen AdWords-Optimierung natürlich dazugehören, aber einfach nicht in zehn oder 15 Minuten erklärt werden können. Das ist ganz schnell sehen, was man machen kann. Zeige ich dir das einfach. Der erste Trick, wo viel Geld verbrannt wird, ist das Google-Partner-Netzwerk. Da schaust du einfach mal, wenn du drin bist im Konto, auf Segment und dann Netzwerk mit Partner im Suchnetzwerk. Und dann siehst du hier schon Websites im Suchnetzwerk. Das heißt also, Google hat ja neben seiner eigenen Suche auf Google.de auch die Suche zum Beispiel auf Web.de, auf T-Online.de und so weiter eingebunden. Sprich, wenn du auf Gmx, T-Online, Web.de und so weiter surfst und dort was suchst in deren Suche, sind das nur Ergebnisse von Google und die heißen halt Websites im Suchnetzwerk. Und wenn du hier mal schaust, dann siehst du zum Beispiel die Kosten je Klick mit Conversion sind hier viel höher. 17 Euro gegen knapp 8 Euro. Oder du hast hier natürlich ein anderes Beispiel. Hier hast du 1 Euro gegen 5 Euro. Das musst du von Fall zu Fall unterscheiden. Das ist ganz klar, dass das nicht pauschal zu sagen geht. Hier hast du den Fall 13 Euro gegen 74 Euro und hier nochmal ein anderes Beispiel 9 Euro gegen 27 Euro. Wenn du also die Partner im Suchnetzwerk ausschließt, kannst du schon mal viel Geld sparen. Machst du das? Das machst du in den Einstellungen. Gehen auf Einstellungen und dort kannst du hier bei Werbenetzwerke bearbeiten, Partner im Suchnetzwerk löschen bzw. deaktivieren. So, der nächste Punkt. So, ich bin jetzt mal am anderen Konto drin. Jetzt gucken wir uns mal was anderes an und zwar mobile Gebote. Das heißt, wie viel Traffic geht eigentlich dann an Smartphones und Tablets und hier ist auch ein ganz, ganz großer Hebel. Du gehst wieder auf Segment, dann auf Gerät und du siehst hier Computer, Mobilgeräte, Tablets. Ich habe hier hinten Klicks mit Conversion und Kosten je Click Conversion eingestellt und du siehst hier einen extremen Unterschied. Bei ganz normalen Computer Conversions, also Traffic, der über den PC kommt, nur 1,30 Euro pro, also Kosten pro Conversion und über Mobilgeräte 33 Euro, fast 34 Euro. Das ist auch, wenn man weiter runter scrollt, überall das Gleiche. Hier auch hast du den Fall normale Computer Conversions, 2,60 Euro, hier 15 Euro, hier unten auch nochmal 4 Euro und dann über Mobilgeräte 22 Euro. Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, kann man auch nicht pauschal sagen, musst du je nach Fall unterscheiden und bei dir gucken. Der Grund ist einfach, zum einen recherchieren wir natürlich viel mehr über Mobile, von daher sollte man das auch nicht kopflos einfach ausschalten. Man muss wissen, wenn ich natürlich in der Bahn bin, recherchiere über mein Smartphone und dann auf den Shop gehe oder auf deine Seite am Desktop und ich vorher mobil zum Beispiel nicht sichtbar war in meiner Anzeige, dann würde ich dich vielleicht gar nicht mehr finden. Also das kann man nicht pauschal einfach so übernehmen, aber man kann die Gebote anpassen, senken, je nachdem welchen Stadium man sich gerade befindet, wenn man gerade ein bisschen Kosten sparen muss, ein bisschen mehr auf die Performance gucken muss, dann kann man das auch schon mal pauschal einfach deaktivieren bzw. ganz stark runterfahren. Das ist auch ganz einfach, ich nehme mal hier das Beispiel, man geht in Einstellungen, dann hier auf Geräte und dann kann man hier, ich habe das jetzt hier schon angepasst, entsprechend die mobile Geburtsanpassung runterfahren, ja, und entsprechend, oder 70%, man kann das 100% runterfahren, man könnte natürlich auch, das kann natürlich auch sein, ich habe auch Kunden, da ist das andersrum, da konvertiert Mobil sehr gut, da kann man die Geburtsanpassung natürlich höher machen. Der nächste Punkt ist, wir gehen in den Werbezeitplaner, hier wird nämlich auch gerne viel verschenkt und zwar gibt es ja Tage, die laufen besser und Tage, die laufen schlechter und das kann man sich anzeigen lassen, man kann auch entsprechend bieten, das heißt, wir rufen Informationen zum Zeitplan auf, wählen hier Wochentag als Beispiel und können uns hier das nach Kosten je klickt mit Conversion sortieren. Da sehen wir eindeutig, es gibt Tage, die laufen besser, das ist zum Beispiel der Montag, eindeutig und Tage, die laufen natürlich schlechter. Jetzt kann man hier entsprechend die Gebote anpassen, das heißt, man erhöht zum Beispiel einfach beim Montag nochmal die Gebote, dass man noch verstärkter sichtbar ist und am Freitag verringert man die Gebote, weil da zum Beispiel die Kosten pro Conversion schlechter sind. In dem Fall ist das natürlich hier alles sehr optimal, zwischen 1 und 2 Euro Kosten pro Conversion ist jetzt nicht sehr hoch. Allerdings kann das natürlich bei dir in deinem Geschäft anders aussehen. Du kannst auch hier dir noch die Tageszeit anzeigen lassen, dann hast du also Tag und Uhrzeit von 5 Uhr vormittags bis 6 Uhr vormittags zum Beispiel und kannst entsprechend dann dir hier entsprechend hier dann die Werbezeitplanung übernehmen. Du kannst einfach solche Werbezeiten einfach hier hinzufügen, klickst du einfach hier auf den roten Button und dann machst du Benutzerdefinierten Zeitplan erstellen und kannst zum Beispiel, wenn du jetzt, ich sage mal, anfängst, einfach alle Tage hinzufügen, hinzufügen, dann hast du Montag bis Sonntag hinzugefügt und kannst dann entsprechend einfach die Gebote anpassen. Der nächste Punkt, da wirst du jetzt nicht viel sehen, da muss ich dir einfach mal was generelles erklären. Der nächste Punkt sind Anzeigen. Oft sehe ich das so, es wird eine Anzeige geschrieben und die wird dann einfach in Ruhe gelassen. Die hat dann irgendwann 100, 200, 300, 1000, 2000 Klicks und es wird keine andere Anzeige parallel dazu getestet. Das ist aber wichtig. Du musst parallel Anzeigen schalten, um einfach zu schauen, welche Anzeige funktioniert besser, welche Anzeige hat eine höhere Klickrate, welche Anzeige bringt mir mehr Conversions, welche Anzeige hat geringere Kosten pro Conversions. Das ist ganz essentiell für den Erfolg von AdWords. Deswegen musst du regelmäßig Anzeigen schreiben, du musst sie regelmäßig gegeneinander testen und dann zum Beispiel nach 100 Klicks einen Gewinner festlegen und dann den Verlierer pausieren und im besten Fall eine Variation vom Gewinner schreiben. Also du drehst zum Beispiel die erste und zweite Textzeile mal um und schaust dann alles klar, wer performt denn jetzt wieder nach 100 Klicks besser. Die neue oder die alte Anzeige und da wirst du einen Prozess entwickeln müssen, dass du ständig Anzeigen testest. Das ist ganz wichtig, weil wenn du zum Beispiel zwei Anzeigen testest und die eine hat 5 Euro höhere Kosten pro Conversion, dann macht das schon viel aus, wenn du natürlich die mit den 5 Euro weniger pro Conversion laufen lässt weiterhin oder auch bei der Klickrate macht das natürlich viel aus. Wenn du 1% bessere Klickrate hast, kannst du das ja mal hochrechnen auf 1000 Klicks beziehungsweise auf die Conversions, was das dann auf lange Sicht ausmacht. Ja, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Anzeigentesting, das reicht doch erstmal, wenn du halt nur 2 Anzeigen gegeneinander testest, besser ist natürlich 2, 3 oder 4. Das hängt natürlich auch ein bisschen von dem Traffic ab, den du hast. Aber das ist natürlich auf jeden Fall essentiell, dass du das nicht vernachlässigst. Und als letzten Punkt den Suchanfragenbericht. Falls du den noch nicht kennst, zeige ich dir den hier. Du klickst auf Keywords und dann auf Suchbegriffe. Und hier in diesem Bericht siehst du alle Suchbegriffe, die wirklich geschalten wurden und wo deine Anzeige wirklich angezeigt wurde. Ja, also je nach Keyword-Option wird das ja so sein, dass AdWords selber schaut, okay, was passt da noch rein an Begriffen beziehungsweise kann ich davor oder danach nach dem Keyword noch weitere Begriffe hinzufügen. Und dann kannst du dir hier genau anschauen, für welche Begriffe wurde nun wirklich die Anzeige geschalten. Und hier ist es einfach wichtig, dass du regelmäßig reinschaust und guckst, alles klar, welche Begriffe kann ich denn hier entfernen, welche sind nicht relevant. Hast du zum Beispiel einen Shop, dann ist es wichtig, dass du zum Beispiel Begriffe wie Gebraucht, wie Amazon, wie Ikea, wie Gebrauchsanleitung und so weiter ausschließt, weil da weißt du, das sind alles Klicks, die auf deine Anzeige gehen, auf deinen Shop gehen, die Kosten verursachen, die aber wahrscheinlich nicht relevant für dich sind und die wahrscheinlich auch nicht konvertieren werden zu Käufern. Bist du im Bereich B2B unterwegs, sind das so Sachen wie Anleitungen oder ganz oft auch zu technischen Begriffen, immer wieder die Kombination mit Stellenanzeigen oder Jobs. Das sind natürlich Sachen, ist natürlich gut, wenn du gerade Personal suchst, aber in der Regel kann man das separat machen und solche Begriffe müssen ausgeschlossen werden. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das wirst du hier auch in meinem Kanal finden, wie man solche negativen Begriffe beziehungsweise auszuschließende Keywords findet. Allerdings hilft das nicht und das schützt auch nicht vor Begriffen, auf die du noch nicht gekommen bist. Die wirst du dann einfach hier in dem Bericht sehen, die wirst du einfach anklicken können, so zum Beispiel und dann als ausschließendes Keyword hinzufügen. Das ist gar kein Problem, das funktioniert ganz einfach, nur musst du das regelmäßig machen und der Effekt ist ganz einfach, du nimmst, ich sage mal, einfach den Teil der Impressions weg, der unrelevant ist, dadurch steigt natürlich deine Klickrate, das wirkt sich wieder positiv auf den Qualitätsfaktor aus und das wirkt sich positiv auf den CPC aus, das heißt, du kriegst mehr Klicks für weniger Kosten beziehungsweise eine bessere Position für weniger Kosten, hast mehr Conversions, hast insgesamt vielleicht das gleiche ausgegeben, aber mehr Conversions oder hast weniger ausgegeben, das gleiche an Conversions oder mehr Conversions, im Endeffekt hast du dein Konto weiterhin optimiert. Das sind jetzt fünf Punkte, ich fasse sie gerne nochmal zusammen, also erstens das Partnernetzwerk, dass du dir das anschaust, dann den mobilen Traffic anschauen, dann die Uhrzeiten und Tage definitiv anschauen, ob du da Anpassungen machen kannst, dann Anzeigentesting und dann zum Schluss negative Keywords beziehungsweise den Suchanfragenbericht auswerten. Das alles hilft dir auf jeden Fall, um erstmal kurzfristig in einigen Fällen wie Mobile und Partnernetzwerk ganz heftig deine Performance zu verbessern, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, aber langfristig kommst du nicht drum rum, gewisse Prozesse zu entwickeln, dass du immer wieder Anzeigen testest, immer wieder neue Keywords hinzufügst, auszuschließende Keywords hinzufügst, eine ordentliche Struktur hinzufügst und so weiter, Remarketing nutzt, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber ich hoffe dir hat dieses Video erstmal so ein bisschen geholfen, dass du erstmal einen Start findest, dass du erstmal merkst, okay, wenn man an den richtigen Hebeln was dreht, dann passiert auch was und ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und du einen Daumen hoch lässt, vielen Dank und viel Erfolg dir. So, das waren fünf Punkte, die haben wir ordentlich behandelt, ich denke mal, da kannst du viel draus ziehen, kannst dein Konto in einen kleinen Boost geben, gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man machen kann, darum werden wir uns auch weiter drum kümmern, ich werde dazu noch weitere Videos hochladen, deswegen würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und dem Video einen Daumen hoch gibst, dann weiß ich alles klar, du möchtest da mehr wissen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos, also bis dann und viel Erfolg.